Als Unternehmer stehen Sie täglich vor der Herausforderung, Ihre Finanzen im Blick zu behalten. Als erfahrener Leasing- und Kreditspezialist unterstützt Sie die Gefa Bank bei genau dieser Aufgabe. Und das jetzt auch im Netz. Mit Gefa Online erhalten Sie einen digitalen Helfer, der Sie bei Leasing, Finanzierung und Verwaltung Ihrer mobilen Investitionsgüter unterstützt. An jedem Ort, zu jeder Zeit. Auf Ihrem PC, Laptop oder Tablet. Gefa Online bietet Ihnen nicht nur einen detaillierten Überblick über Ihre Verträge und Objekte. Sie können darüber hinaus auch neue Objektinvestitionen online kalkulieren und unverbindlich anfragen. Und das Beste, Sie erhalten unmittelbar eine Antwort und können die Unterlagen für Ihre Investition direkt online anfordern. Ohne Wartezeiten, ohne Papierstapel und ohne Postversand. Ihren Antrag autorisieren Sie dann einfach mit der Gefa TAN App. Sicher, papierlos und wann immer Sie wollen. Selbstverständlich können Sie über Gefa Online auch eine Vielzahl an Serviceangeboten in Anspruch nehmen. Wichtige Vertragsdetails können jederzeit bequem exportiert werden. So organisieren Sie mit wenigen Klicks Ihre Ablage, unterstützen Ihre Buchhaltung und behalten Ihre Liquidität im Blick. Und wenn Ihnen digital doch einmal nicht genug ist, steht Ihnen gern Ihr persönlicher Gefa-Ansprechpartner für individuelle Anliegen zur Verfügung. Mit Gefa Online sparen Sie Zeit, um sich auf das zu konzentrieren, was wirklich zählt. Ihr wirtschaftlicher Erfolg. Wirklichkeit. 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 Vielen Dank.